Herzlich Willkommen! Ich möchte gerne die Traumdeutung vorstellen und als Beratung anbieten. Träume haben wir alle, sogar Tagesträume. Im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die tägliche Eindrücke. Diese Träume haben keine Bedeutung und diese Träume vergessen wir auch. Aber es gibt eine andere Art von Traum, eine ganze Geschichte. Und es ist so lebendig, wenn das wahr wäre und diese Träume vergessen wir nicht. Dann können wir sicher sein, das war die Sprache der Seele. Und die Seele vermittelt dadurch wichtige Botschaften. Das kann helfen bei Entscheidungen oder eine Warnung oder etwas verarbeiten von Vergangenheit oder eine Botschaft. Was kommt in Zukunft? Und diese Sprache zu verstehen, das zum Entschlüssen, das ist die Traumdeutung. Es gibt viele Bücher diesbezüglich und diese Bücher helfen nicht weiter. Ich habe einige davon gelesen und kann ich damit wirklich nichts anfangen. Entweder weist man intuitiv und hat man diese Begabung oder besser lieber die Finger davon lassen. Ich kann Träume deuten und ich kann das sehr gut deuten und ich liebe das auch und biete an als Beratung, entweder als E-Mail-Beratung oder als WhatsApp-Beratung, mein Honorar beträgt für Traumdeutung 10 Euro. Und diese Botschaften helfen uns wirklich weiter, kann ich nur ins Herz legen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.